wo bin ich wo bin ich ich bin in der luft glaube ich bin ich in luft euch den damage ich bin viel zu schnell bin ich ich glaube ich falle ok das wasser da auch ok 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 wo bin ich wo bin ich okay es geht ja ich sehe schon new recipe an lockt ok ja wo bin ich ich glaube ich einfach ultra hell gerade das was ist das ist ja richtig schön ok was ist das ich habe keine ahnung was die denn es was ist das ich gleich bin ja ich bin so ein kaktus dings kaktien haben wir doch auch solche spitzen ich habe kaktus hier mit ich habe keine ahnung wo ich bin ich bin irgendwie gerade von der welt hier von der luft hier gefallen ich weiß ich weiß nicht ok hier schon direkt eine mine ok hier sind auch so partikel weiß ich man heute richtig das branchen vom meer ja was das ist uns gerne gerne hasen und was da vorne was das von bio ich habe sie ein kleines schiff ok tatsache ich ist so bisserl essen was das world domination mit open box okay das in so ein ding ist also jetzt nicht mehr ich kacke mal ein bisschen heute schon gehört ich hoffe ich das boot geht hier gleich unter und lol die dinge sind 4 4 also nicht mehr vier gesendet so rund die dschungel das dschungelholz ja lol das ist richtig cool ja ok lol ich habe mal hier einfach den baum hier ich habe goldnack jetzt falten wir auf ok 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 ich auch sicher delphine und alles mögliche ich glaube mit dem holz komme ich mal aus vorerst und war sicher was ist das als für dings faction dings kann aber was ist das für ein tab ist egal auf jeden fall alle von galactic kraft ok das irgend so ein ich glaube galactic kraft ist da drinnen nämlich lol hier geht es runter ok 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 ich weiß ich ja ich habe einen kaktus ich glaube das reicht ja mal aber lol sind sogar korallen hier drinnen ok 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 hier ist glaube ich irgendwie so ein verdorbenes biome oder so lol wie die leute wie die trocken hier einfach ok lol orange daisy ok ich gehe halt behalten wir die weil oh war das so ein pegasus oder was war das hallo hase aber da vorne war das ein drache no way da es hier drachen gibt es aber da vorne sind so große kaktäen da kann ich mir so dazustellen aber ich nehme eigentlich der mensch das stelle ich jetzt mal nicht jetzt so was das hier feier ich dass sie gleich würmer irgendwie aus dem boden kommen ich glaube das geht ich glaube es gibt so lol kann man essen ok man kann gerne kaktinenschein abbauen ist so ein schrub oh leute ist hier ein dungeon ne ich dachte schon ist wie ein kaktus ok ich habe angst hier echt es gibt nämlich ich glaube in echt gibt es auch solche Würmer ähm nämlich was ist das hier blueberry ok da gibt es nämlich solche Würmer mit diesem boden rausgehen ok und die sind echt gruselig und ich glaube das geht hier auch in microsoft skullets so ähm bei der weh wenn ein trailer nicht von microsoft skullets Sinn hat unbedingt rechts oben beim i auschecken ähm da wird auch fast gar nichts hier gezeigt ich mein hier ist einfach so ein riesen komisches biome und so kaktus biome ich mein im trailer hat man da nichts gesehen was ist das hier turnip spicy nee spice leaf ich habe keine Ahnung was das ist ich kann auch mal in kommentare schreiben was das hier ist Lars was ist hier doch richtig haben sie auch mal gesehen das ist tatsache ein dings ein pikasus oder sowas warte mal kann ich ja alles kann ich hier ganz unten das abbauen eigentlich geht das ich glaube das geht oder ok ne das geht nicht sind das eigene blöcke oder sind es eh solche ne sanora kaktus ok sind ach so die kann man so in der luft auch placen glaube ich lol soweit ich weiß gibt es hier auch oasen oder sowas ok hier gibt es eine mine ist ein dungeon ich glaube hier ist ein dungeon ne hier geht es nicht drunter ganz früh nämlich haben wir auch dungeons finden können in der wüste lol schaaf wie stirbst du nicht nimm mir kein damage aber man nimmt mir einfach kein damage lol schaaf ok ist das schaaf chill dir oben lol ok da vorne ist ihm ein braunes ohr ok ich äh bauen wir die ganzen shrubbys ab da vorne ist schon ein neues biome und da ist ein riesen schiff unter wasser anscheinend ok ok hier sind die schafe ok Leute der steht einfach der baum steht einfach im wasser ok 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 Leute was ist das hier firecracker pedal oder petzl kann ich irgendwas machen mit dem ne ähm ok sweet potato lol das sind irgendwie potatoes oder so ich kann auch was das ist hier so ähm lol lol da vorne ok das ist ein Schwein ich hab euch so einen ambientamm lol lol unter wasser haben wir sogar solche sounds lol họrent ihr das ? Dick摩 oh oh ich diese voiture Ich weiß nicht ob ihr das hört Shade Nut Garden Dick摩 ich hab bisschen Angst hier nicht das hier zu creepy wird wollte noch einfach pathogens spielen hier was hast hier Lol, hört ihr die Bienen? Warte, ich muss hier, glaube ich, nach oben stellen hier. Musik. Man hört leicht, glaube ich, die Bienen. Aber was ist das für ein Sound hier? Ich weiß es nicht. Okay. Oh, oh, Leute. Ich glaube, das Biome ist irgendwie faked oder so. Ich gehe mal lieber hier raus. Es wird immer lauter, Leute. Oh, Leute, hier singen wir es. Es wird immer lauter, das Geräusch. Okay, hier sind die Zaunis drinnen. Ich gehe mal lieber nicht rein. Ich glaube, das sind die Zaunis hier. Geht auch irgendwas, nehme ich mal mit. Weil ich kann nichts mehr essen hier. Nein, warum wird das immer lauter? Äh. Gleich muss ich mal ganz kurz, äh, ganzer Sound. Ist immer noch da. Ne, weiter kann ich... Okay, Ambient Environment. Ich drehe es mal ein bisschen. Okay, das ist ein Ambient Dings. Ich drehe es mal ein bisschen leiser, Leute. Aber Leute, wie cool das hier aussieht. Ne, doch, Leute. Ich glaube, das ist das Biome-Tatsache. In Minecraft Stream hat mir einer geschrieben, dass ich hier... Weil, da habe ich mal irgendwie Koppelstum oder so gebaut und habe das nicht abgebaut. Also, einer geschrieben hat... Ah, warte kurz, Leute. Ich fix das kurz. Jetzt fangst du wieder an. Ich glaube, ich muss einfach... Ich aus dem Biome raus. Ich glaube, das ist einfach verhext, das Biome oder so. Ja, Tatsache. Ich muss einfach raus hier aus dem Biome. Das ist einfach verhext. Aber wie geht es hier raus? Ich will hier raus ins Biome. Oh, oh. Ich glaube, das ist einfach verhext hier. Ähm. Oh, oh. Oh, das wollte ich nicht. Sorry. Sorry, Mr. Q. Okay, da vorne sehe ich schon, glaube ich, ein neues Biome. Ich habe schon richtig viel Stuff hier. Oh, oh, mein Herziger. Äh. So. Ich mache mal kurz ein kleines Boot hier. Ein Bordery Dino. Oh, mein Herziger. Okay. Äh. Erstmal hier weg von der Dings hier. Erstmal weg hier. Weil das ist echt... Der Sound ist echt nicht cool. Es wird schon Nacht, glaube ich auch. Wenn das die Sonne ist. Was nicht gut ist. Ich mache unbedingt ein Bett hier noch. Okay, da vorne ist so eine Kippe. Nein! Ich will hier raus. Soll ich aufs offene Meer fahren? Ich glaube, das ist nicht so gut. Oh, oh. Ich glaube, das ist nicht sehr gut. Ich glaube, das ist einfach komplett verhext. Das Dings hier. Okay, da vorne ist wieder ein Kaktus-Dings. Kaktus-Biome. Ich glaube, das Biome ist einfach irgendwie verhext hier. Egal, egal, egal. Ich gehe einfach hier wieder... Ich hoffe, das ist keine Insel. Ich hoffe, das ist ein Biome, ein richtiger. Oder hört das wieder auf, überhaupt? Doch, es hört wieder auf. Okay. Leute, jetzt ist Wassergrün. Okay, Leute. Okay, es hört schon wieder auf. Ich glaube, das Biome müssen wir merken. Das ist sehr böse. Also unbedingt merken, Leute. Das Biome hier ist böse. Es wird schon langsam dunkel. Ich habe immer noch keine Fackeln. Das ist Dings. Ich hätte Instagram-Mining gehen sollen, actually. Ja, stimmt. Ich könnte die Schafe haben killen, die Mr. Chavis. Kann ich das essen? Zucchini? Lol. Oh, lol. Oh, mein Gott. Das ist so laut. Okay. Sorry, Leute. Sorry dafür. Hier ist Mr. Schaf. Also, das kann ich wieder lauter stellen. Sekunde. So. Sorry, sorry, sorry für das leute Geräusch hier. Ich mache mal mit den Tänien hier rüber. Lol. Wenn ich das Hau hier... Ist sogar ein Dings. Sorry, Mr. Schaf. Ich muss aber killen. Nämlich, dass ich... Oh, the Biomes will go. Okay, lol. Äh, bam, 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 bam. So, bitte. Weil ich brauche unbedingt jetzt... Vor allem ist noch ein Schaf. Ich habe hier auch kein Blocker-Bonn. Dann stücke ich hier gleich. Ich glaube, ich muss das schaffeln. Oh, oh. Ich glaube, hier kommt schon ein Monster. Oh, oh. Hier ist Kohle. Ich brauche mir mal ein vorübergehendes Haus hier. Das Ding ist okay. Ich darf mich nicht hier einbauen. Ich brauche eine Spitzhacke. So. Oh, oh. Ich höre schon böse Geräusche. Egal, egal, egal. Alles gut, Leute. Alles gut. Es ist gerade ein bisschen dunkel, aber sorry. Ich mache gleich Fackeln, weil ich habe davon Kohle gesehen. Oh, oh. Nur eine Kohle. Egal, ich habe eine Fackel. Und das passt jetzt erstmal. Alright. Ich glaube, wir übernachten hier irgendwie mal. Hoffe ich. Ich könnte eigentlich direkt ein Bett bauen, actually. Ja, ich baue direkt ein Bett. Bam. Okay, nice. Okay, wir haben eine Fackel. Nee, wir haben vier Fackeln. Okay, immerhin. Alright. Okay, okay, okay. Ich hoffe, solche Drachen kommen einfach nicht wieder. Was ist das? Ich glaube, Bronze? Copperohr? Ich habe hier alles mögliche. Ich weiß nicht, was ich... Oh, ich höre irgendwas. Oh, ich höre richtig viel. Kann man sich wegschmeißen. Ich glaube, das Holz lasse ich mal da hier. Die brauche ich nicht mehr. Craft & Cleaver nehme ich mir aber mit hier. Und... Genau, ich habe nicht Zucchini-Korn. Ich habe richtig viel zum Essen. Was ist das hier? Leader? Oh, lol. Oh, nicht, dass hier gleich alles einstürzt. Oh, ich habe es gekriegt. Was ist das? Pearl. Oh, perle, perle, perle. Ich weiß, was das ist. Ich höre jetzt Skelette. Ich habe echt Angst, dass hier gleich irgendwo... so ein Wurm rauskommt. Leute, hier sind Zombies und... mit Dings hier da vorne. Okay, ich re... Oh, lol. Er weiß, dass ich hier habe ihn. Ich rege mal weg. Sieh die Milch? Kommt auch nach. Okay, Leute. Ich glaube, wir brauchen wieder so ein Bodo Redino. Okay, vorne ist wieder so ein Boot. Ich glaube, ich gehe mal hier einfach auf Reisen ein bisschen. Weil ich würde echt mal ein normales Biom finden. Ich hoffe, dass ihr auch gute Bioms kriegt. Ich kann gleich das Boot hier da vorne noch looten. Ich bin gerade angefahren. Ja, genau. Da vorne ist gleich direkt das nächste Biom. Wo ist es? Oder ist es nur eine kleine Insel? Okay, da vorne ist wieder... Doch, da Tatsache, da vorne ist wieder... Ein neues Biom hier. Was soll ich... Wie soll ich bauen? Ich glaube, ich nehme mal das hier mit. Also das mit dem Bau, ich glaube, ich... Erstmal. Ich glaube... Ich hoffe, hier gibt es keine Fische oder so. Genau, ich kann auch von meinem Boot stehen, nehme ich. Das ist gut. Alright. Sattel. Eisen. Eisen, Eisen ist sehr gut. Rudo Beans. Ich lasse mal hier da. Orange Daisy. Bucket. Was kann ich verkaufen? Shaded Garden. Keine Ahnung, was es ist. Wir haben schon mal Eisen. Da vorne beginnt schon nichts. Ich glaube nicht, dass da... Ich glaube, das ist nur eine kleine Insel hier. Ich gehe mal da vorne hin. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwie... Was Gutes finde. Okay, okay. Achso, genau. Ich glaube, das ist mein... Äh, Ding ist eine Insel. Okay, da vorne ist ein Stein. Was ist das? Was sind das für ein Musik, Dings? Gab es nur eine Insel, by the way, hier, Leute? Ah, Tatsache, das ist nur... Oder ist es nur eine Insel? LOL! Was ist das? Okay. Also auch immer, das ist so eine kleine Ruine. Ich meine, zuerst mal nachschauen, was das da vorne ist. Weil, äh, das sieht irgendwie... Das ist ja Musik, Dings. Den Tug... Blocks, Tugblöcke. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hin. Also, fahr mal hin mit meinem Boot. Äh, das ist... So, eigentlich ist... Das Ziel der Folge, dass ich hier mal... War da gerade ein Fisch? Ne. Ähm, dass ich hier... Erstmal ein kleines Haus baue. So eine Unterscheidung. Wow! Wow! Was ist das? So, nach nahm... Langen Sterben und viel... Also, viel Sterben und langen... Dings hier. Langen Rennen. Bin ich hier ein Dings angelangt. In so ein... Äh... Wie soll ich sagen? So ein Dings... So ein rotes B.O. Ich weiß nicht mal, was das für ein Stein hier ist. Red Rock kommt es noch nicht. Mir ist auch voll, dass da vorne so ein Village-Dorf ist. Und hier irgend sowas ist. Okay, okay, okay. Und da fahren ich auch noch zum Haus. Ich gehe mal zum Village-Dorf. Da bin ich safe. Alright. Oh, lol! Ist Obsidian und alles drinnen? Okay, okay, okay. Nehme ich mal mit hier. Äh... Iron Swords. Ähm... Okay, lol! Immerhin ist ja viel drin. Oh, lol! Eisen? Okay. Oh, oh! Heu ich hier wieder? Lol, und? Das ist irgend so ein Dings? Oh, oh! Ich höre irgendein... Direkt über mir? Oh, oh! Oh, oh! Ich renne schon weg! Oh, oh! Oh, ich brauche mich ein, ich brauche mich ein, ich brauche mich an! Was habe ich? Oh, oh! Oh, schnell hier rein, schnell hier rein, schnell hier rein. Okay, okay, okay. Äh... Irgendein komisches Vieches über mir. Ich hoffe, dass es jetzt weg geht. Oh mein Gott! Ich habe echt Angst. Ich weiß, wie ich das killen soll. Das ist weg. Hier ist wieder da. Okay, hier vorne ist es. Ich spawne das Dings hier. Okay, der hat sich niederlassen. Ich hoffe, der killt nicht den Villager hier. Kommt er wieder? Okay, ich glaube, der ist da vorne. Ich loot mal hier die ganzen Sachen. Rüst mich hier aus. Was auch immer hier drinnen ist. Buch. Keine Ahnung, kann ich das brauchen. Helm brauche ich nicht mehr. Habe ich schon, oder? Habe ich? Ne, habe ich noch nicht. Ich bin sie schnell hier. Lol, XP, Bottles. Äh, 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 blablabla. Was auch immer hier. Alles ist super, bam, bam. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Äh, Gold. Keine Ahnung, brauche ich eigentlich nicht. Da habe ich nichts trotzdem mit. Äh, keine Ahnung, was das ist. Ähm. Ich glaube, ich kann gleich wieder schlafen. Aber ich glaube, ich habe da Angst halt, dass hier wieder, äh, Loll, die Matten. Äh, das hier Dings spawns. Neuer, äh, Dings hier. Was auch immer alles drinnen ist. Ich weiß nicht, was, was komische Papier der Teile sind. Manuscript. Ich nehme so ein Bit, keine Ahnung, was das ist. Äh, Manuscript, Manuscript. Alles mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Oh, schnell, Obsidian. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich Obsidian überhaupt brauche. Alright, alright, alright. Äh, ich weiß, es ist dunkel, Leute. Ich weiß, dass ihr nichts seht. Aber, ähm, ich muss hier schnell nehmen. So, so, schnell, hier, fuckling in die Hand. Schnell nach vorne. In der Hoffnung, dass ich hier... Oh, das lag ja ein bisschen mit der fuckling in die Hand. Oh, Leute, hier ist ein Villager. Nee, das ist ein Typ, der schießt. Okay, äh, ich bin hier hochgeflüchtet. Ich habe irgendwie keine Rüstung, aber hier schieß mich tausend. Leute an. Oh, oh, oh. Äh. Ich glaube, ich soll dich da vorne niederlassen. Hier sind tausende Leute, die schießen. Oh, oh. Ich renne hier mal in das Haus rein. Ich hoffe, hier ist keiner drinnen, oder? Ich glaube, hier sind tausende Leute, die schießen. Oh, oh. Gibt es, ist irgendwen Weg rein? Okay, okay, okay. Ich will jetzt zumachen. Äh, hier schnell zubauen. Äh, alles zubauen. Okay, okay, okay. Oh, 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 okay. Ah, okay, okay. In dem Haus, glaube ich, bin ich erst mal sicher. Okay, geht's da runter. Ich baue das auch mal zu. Okay, okay, okay. Okay, hier steht schon ein Bett drin. Aber, okay. Also erst mal unser Haus hier, würde ich sagen. Oh, lol. Ich glaube, das backt hier, oder? Hier ist nur ein ganz normales Licht. Yes, sir. Äh, ich glaube, es wird eh schon Tag hier wieder. Ich wollte mal, ich leuchte mir das ganze Haus aus. Ich glaube, das hier oben reicht mal. Okay, hier ist eine Fackel schon alleine. Und hier ist sogar ein Ofen und der Dings, okay. Können die eigentlich das Glas hier aufschießen? Ich denke nicht, oder? Ich denke, 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 die denken nicht. Leute, die haben sogar so einen Kuchen hier. Kann ich sogar abbeißen, einmal. Oh, ich glaube, ja. Oh, Leute, warte mal. Ich glaube, das ist so ein Dungeon. Kann das sein, dass es ein Dungeon ist? Kann das sein? Ich glaube, ihr seht gar nichts. Doch, ich glaube, das ist hier ein Dungeon. Aber es ist richtig dunkel unten. Ich baue hier mal zu. Alright. Ähm, ja. Ich könnte, ich craft mir erst mal. Okay, ich habe keine Rüstung, fällt mir drauf. Äh, ich glaube, ich craft mir erst mal Chester. Das Ding ist, ich habe kein Wood. Ich habe kein Holz. Ich glaube, ich habe mal das Holz hier. Das braucht ihr eh keiner. Ich wäre, na. Das braucht ihr eh keiner. Weil das ist jetzt eigentlich mein Haus. Also, ab jetzt ist es schon mein Haus. Alright, alright, alright. So. Bam. Okay, aber. So. Okay, da vorne steht der. Ich glaube, der sieht mich nicht, oder? Okay, warten. Ja, der Typ und der Skeleth mit der Waffe. Okay, okay. Wir brauchen unbedingt Rüstung. Wir sind unbedingt nächste Folge. Oh, Leute. Oh, Leute. Das ist sogar ein Dings. So ein Chest. Hier der Longbow. Leute, ein Bogen. Okay, was ist der Beste? Ist das Grün? Ich glaube, ich nehme mal das Grüne hier. Oh, Grün. Tatsache. Statistik. Keine Ahnung, was das ist. Äh. Melonen Seeds. Melonen Seeds. Melonen Seeds. Äh. Sticks. Ja, immerhin. Ich meine. Ja. Equip kann ich immer brauchen. Hallo, Zombie. Ich glaube, ich kann es jetzt gerade hier killen, oder? Ja, nice. Easy peasy. Oder kannst du das Skelett hier auch rein? Wo ist das Skelett? Beziehungsweise hier oben. Ich brauche mal hier die Blöcke ab. Platziere die hier. Und hier. Und hoffentlich kommt er nicht über mir. Es rein und sich. Hat irgendwas gedroppt? Das hat er eine... Irgendwas gedroppt. Eine Eisenspezialgedroppt. Und ein Eisen. Vielleicht ist ein anderes Eisen. Okay. Ich sage es mal hier alles ein. Eisen. Das sind verschiedene Eisen. Äh? Ich kann das nichts decken. Okay. Ich sage mal richtig viel an. Okay. Falls wir sterben hier. Leiden wir im Dears sogar. Ne, Diamond Engine. Ja, doch. Das ist es glaube ich Dears. Was wir hier essen, 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 essen wir im Bogen. So. Ähm. Hier. So. Das ist immer noch was das hier ist. Wenn du das wisst. Manuskript. Dann schreibt sie unbedingt in den Kommentaren. Kommentarys. Okay, okay, okay. Plätschern wir mal meine Working Bench hier noch hier oben. Und äh. Machen wir erstmal hier so eine Jests. Dass ich auch eine Jests habe. Okay, okay, okay. Kannst du eigentlich hier daneben platzieren. Dann könnte ich das hier. Hier platzieren. Und die Jests kann ich daneben hier platzieren. Egal. Das Ding braucht eh keiner. So. Alright. Ähm. Ein bisschen essen hier ein. Lagradino. Okay, das ist glaube ich mein Main essen. Und Potato. Keine Ahnung. Ich lage es mir alles ein hier. Aber wie wir wissen. Das ist alles hier sehr gefährlich. Also muss ich echt aufpassen hier. Ja. XP Portals. Ähm. Mach ich mal eine hier. Geht das? Ja, das geht. Dann werde ich noch irgendwas machen. XP Portals so machen. Äh. Kann. Dann schreibt es unbedingt in den Kommentaren. Alright. Ich hoffe, da kommt keiner rein. Skelethsing oben. Keiner. Leute. Warte mal. Ich glaube, das ist wie so Jump Dings. Würde ich mal sagen. Das war es hier mit der Folge. Minecraft Skarlator Ideen. Es wird schon hell. Sehe ich gerade. Ich hoffe, dass hier kein Dings hereinkommt. Kein ähm. Skelett hier. Mit Waffen. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich. Okay. Hier davon steht schon wieder. Es ist ein Zombie. Ich habe auf jeden Fall Angst vor denen. Und ja. Davon sind die Zäune. Ja. Lass auf mich. Like und abonniere. Und aktiviert die Glocke. Und abonniert mich unbedingt. Für mehr Minecraft Skarlates hier. Aktiviert die Glocke. Ich hoffe, dass ihr keine Folge Skarlator Ideen verpasst. Ich werde demnächst auch einen Abflugplan hier. Für die Wochen. Die Wochen hier. Dass ihr seht. Wann Skarlator Ideen kommt. Werde ich raus hören nachher. Unbedingt beim Community Tab vorbeischauen. Und unbedingt das Glöckchen hier aktivieren. Die Glocke neben ihr abonnieren. Und ja. Lasst ein Abo und Like da. Und ciao. Ciao. Witties. 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 Witties.